Die Patienten kommen zu uns mit dem Wunsch, einen natürlichen Lippenaufbau zu bekommen, ohne dass es dann halt eben einer dritten Person auffällt, aber man trotzdem attraktive und anziehende Lippen hat. Das ist auch der Wunsch dieser Patientin gewesen, wo wir doch eine deutliche Menge hier unterspritzen, aber trotzdem wird es dann am Ende einen ganz natürlichen und halt eben einen attraktiven oder anziehenden Lippen darstellen. Die Chialuronsäurebehandlung, damit wird die Lippenbehandlung durchgeführt, ist ja die zweithäufigste Behandlung. Hier in der Statistik kann man sehen, dass es bei den Frauen mit 90 Prozent überwiegt, aber unsere Patientenklientel ist auch so, dass wir in der Regel 60 Prozent Frauen und 40 Prozent Männer haben, die sich mit Chialuronsäure behandeln lassen und damit ihre Natürlichkeit auch erhalten.